Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Wer einen Garten zu Hause hat, hat hoffentlich auch eine Rasenfläche. Diese gilt es in regelmäßigen Abständen zu mähen. Was oft vergessen wird, das Wechseln oder Schärfen des Rasenmähmessers. Wie das geht und warum ein neues Messer vielleicht eine noch bessere Leistung erbringt, zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß dabei! Wir wollen heute also das alte Messer unseres Benzinmähers wechseln. Wie ihr seht, ist das auch mal an der Zeit. Um uns die Unterschiede vor und nach dem Messerwechsel anzuschauen, mieden wir zunächst eine Bahn mit dem alten Messer. Es bleibt doch recht viel Gras-Schnitt liegen und wenn man genau hinschaut, werden die Grashalme eher abgerissen als abgeschnitten. Wenn es bei euch auch so aussieht, solltet ihr über einen Wechsel des Messers nachdenken. Wir haben uns ein passendes neues Messer besorgt. Dieses haben wir vom Partner dieses Videos gestellt bekommen, rasenexpert.com. Vielen Dank dafür! Auf rasenexpert.com findet man für viele gängige Benzinrasenmäher von zum Beispiel Honda, Sabo Husqvarna, John Deere und weiteren Marken passende Ersatzmesser. Und das zu guten Preisen. Ihr könnt in der Suche einfach euer Modell eingeben und bekommt dann das passende Messer angezeigt. Wir haben zum Beispiel hier eins für unseren Honda-Mäher. Die Messer zeichnen sich dabei besonders durch die hohe Qualität aus. Natürlich made in Germany. Ein weiteres Highlight sind die besonderen Flügel der Messer. Diese sorgen dafür, dass das Schnittgut besonders gut aufgenommen wird. Wenn du also gerade auf der Suche bist nach einem neuen Messer für deinen Benzinrasenmäher, schau doch mal bei rasenexpert.com vorbei. Für dich als unseren Abonnenten haben wir sogar noch einen 20% Gutscheincode unter diesem Video in die Videobeschreibung gepackt. Rasenexpert hat übrigens nicht nur Messer, sondern auch viele weitere Produkte für euren Garten. Dazu zählen Dünger, Rasensaat, Bodenaktivatoren, Trimmerfäden und mehr. Klickt euch also mal rein in den Shop. Nun geht es aber los mit der Anleitung zum Wechseln des Messers. Als erstes musst du den Stecker der Zündkerze entfernen, um zu verhindern, dass der Motor plötzlich startet, während du mit dem Messer arbeitest. Anschließend kippst du den Mäher auf die Seite, wobei du darauf achten solltest, dass die Vergaserseite oben liegt. Nun beginnt der eigentliche Teil, das Entfernen des Messers. Nutze zum Beispiel ein Stück Holz, um das Messer zu blockieren, während du die Schraube löst. Es ist leicht zu merken, in die Richtung die Schrauben gelöst werden müssen. Sie entspricht immer der Richtung, in die die schneidende Seite des Messers zeigt. Das ist so konzipiert, um zu verhindern, dass sich die Schrauben während der Rotation des Messers selbst lösen. Sei vorsichtig, wenn du die Schrauben herausnimmst. Einige Mäher haben hier unterschiedliche Unterlegscheiben. Bei unserem Mäher ist es nur eine. Es ist wichtig, sich die Reihenfolge gut zu merken. Weiter geht's mit dem Anbringen des neuen Messers. Die Flügel des Messers sollten bei der Installation nach oben bzw. in Richtung des Meers zeigen. Denk daran, wie bereits erwähnt, alle Unterlegscheiben genau an der gleichen Stelle zu platzieren. Nun prüfen wir noch einmal, ob es von der Höhe alles passt. Notfalls hätten wir die Abstandshalter von Rasenexpert einsetzen können. In diesem Fall brauchen wir dies aber nicht. Sobald du damit fertig bist, kontrolliere, ob das Messer frei rotieren kann und nirgends anstößt. Stelle dann den Rasenmäher wieder auf seine vier Räder und stecke den Zündkerzenstecker wieder ein. Das war's auch schon. Nun mähen wir wieder eine Bahn auf unserer Rasenfläche. Wenig erstaunlich, aber wir sehen doch einen recht deutlichen Unterschied. Sowohl die Fang-Eigenschaft ist verbessert, als auch das saubere Abschneiden der Grashalme. Letzteres hätten wir vermutlich auch erreicht, wenn wir das Messer geschliffen hätten. Insofern sind wir von nun an wieder gut ausgerüstet für die Gartenpflege. Am Ende noch einmal der Hinweis auf unseren Partner des Videos. Unter diesem Video findet ihr einen Link zum Shop von Rasenexpert.com sowie den 20% Gutscheincode. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schaut euch auch gerne unsere weiteren Videos zum Thema Rasenmähen an. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Bist du eher ein Freund des schriftlichen Wortes und interessierst dich für das Thema Garten, dann schau auch gerne auf unserem Magazin unter www.gartenzeile.de vorbei.